Was sind Helden? Sind das Menschen, die ihr eigenes Leben für das von anderen riskieren oder sogar opfern? Oder ist man in dieser gottverlassenen Zeit vielleicht einfach schon ein Held, wenn man keiner von denen ist? Ihr könnt euch nehmen, was ihr wollt. Aber bitte, lasst uns gehen. Natürlich lasse ich euch gehen. Manche Menschen sind noch schlimmer als diese Bastarde. Sie überfallen, vergewaltigen und töten einfach nur zum Spaß. Die beschissene Welt kopft mich an. Bis zum nächsten Mal.